Das wird kompliziert, Stefan. Ich glaube auch. Da hin. Äh? 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 Äh, das wird doch nix. Schnell! Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt in dem Moment, wo ich es geschafft habe. Juhu! Nö, Moment. Äh. Da war es kurz. Reicht. Oh Gott. Ah! Oh, was? Oh nein, jetzt brauche ich noch mehr von mir. Ah! Oh Gott, das wird kompliziert. Ach Gott, aber wir haben so ungefähr... Wie willst du denn noch mehr machen? Indem ich dann hier nochmal mich porte. Vermut ich. Okay. Ja. Ne, das war der falsche Knopf. Denk es ja. So. Nochmal. Ah. Hä? Warte, wie... Geht das denn? Das muss ja gehen. Ah! Fuck, ich hab mich berührt. Ich muss einfach nochmal durchs Portal rennen. Okay. Okay, also. Links. Mirror. Ach, jetzt geht das nicht. Rechts. Mirror. Ah, super. Und... Lass dich nicht berühren. Oh, so gut. So gut. Gott, ist das kompliziert. Once upon a time. It looks like the door will only open if both laser switches are activated by there's only one laser in here. Das hast du ein bisschen blöd betont, aber hast du nicht verlesen im Prinzip. Du bist ein Arsch. Dankeschön. Na? Achso. How on earth am I going to do that? Das ist eine gute Frage. Aber was machen wir den Kollegen Affen hier unten tot? Den Kollegen Affen? Das Kollegen Schwein. Boah, meine Kollegen sind solche Affen. Hast du recht? Ich fand den nicht schlecht. Hat man gemerkt, Marion. Hat man gemerkt. Eigene Witze sind dann doch immer noch die Besten, oder? Meinst du, es gibt auch mit diesen Double? Wenn es Double Laser heißt. Na und? Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil ich berühre mich ja dann automatisch. Ja, vielleicht nur mit dem Spiel. Hey, du Arsch! Das ist aber echt blöd, dass man sich nicht berühren darf. Boah, wie kompliziert das zum Programmieren sein muss. Ja, echt. Das ist echt extrem. Dann frage ich mich dabei immer, wie viel Zwischenspeicher denn auf meinem Computer landet, weil der ja alle Bewegungen speichern muss. Na, das geht nicht. Hm. Aber, warte, ich hab ne Idee. Mist. Okay, ich hab keine Idee mehr. Warte, wenn ich schnell genug bin. Theoretisch. Nur mal so theoretisch überlegt. Kannst du da oben nicht. Gut, wir gehen erstmal nach unten. Hier geht's ja auch noch mal. Was? Das war jetzt arschig. Boah, du spielst vor arschig. Oinks. 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 Autsch. Hey. Autsch. Ich sterbe. Nur wegen dir. Ja. Das tust du aber eh den ganzen Tag. Ich darf dich nicht so hinsetzen, wie du willst. Nein. Ich darf mich nicht so hinsetzen, wie ich will. Das hast du mir am Anfang gesagt. Es ist vertraglich geregelt, dass du dich nicht so hinsetzen darfst, wie du willst. Du hast vollkommen recht, mach ich. Es tut mir leid. Ich musste lachen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hilfe. Wie soll ich denn da einen anderen... Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann jetzt... Du musst halt die Portale umdrehen. Nee. Ich muss zweimal mich machen wieder. Hattest du doch jetzt vorher schon gemacht, oder nicht? Nee, pass auf. Ich muss den machen, draufstellen. So, jetzt muss ich hier draufstellen. Durch und auch durch das Portal durch. Und jetzt komme ich da nicht mehr vorbei. Ich musste die Dings wechseln und dann da... Ich kann ja kein Dings machen. Aber so in etwa sollte es gehen. Ich muss nur irgendwie an dem vorbeikommen. Ja, tatsächlich wäre das das Rätsel, was wir jetzt machen müssen. Weißt du, was ich meine? So. So nicht. So. Also so. So. Ja, du kommst da nicht vorbei. Du kannst dich klein machen. Und dann kannst du durchspringen, würde ich selber. Ich kann mich nicht klein machen, weil wenn ich das Portal wechsel, dann sind die wieder weg. Weil die anderen Portale dann weg sind. Die müssen da bleiben. Kaufen. Also super, das ist ja echt mal gespannt. Das finde ich schwer zu programmieren. Also da wüsste ich gar nicht, wie ich das mache. Das habe ich jetzt nicht mal in eine Lösung gerallt. Echt. Ich habe keine fucking Idee. Bitte nochmal. Müssen wir uns dann nachher, wenn wir schneiden oder so, müssen wir es nochmal angucken. Wow. Das war jetzt irgendwie krass. Wie soll man darauf kommen? Ich mag die Musik. Ich glaube, die Sonnen sind gar nicht so gut. Zitat Miss Gredos. Ich weiß gar nicht, warum ich bei dir bin. Du bist ein scheiß dummer Arsch. Ja, ist so. Hey. Ist so. Gar nicht wahr. Hey, das ist mies und fies. Ich kann nichts dafür, dass ich ein Arsch bin. Das ist angeboren. Darf ich uns zitieren? Wir passen so gut zusammen, weil wir beide ein Arsch sind. Weil wir beide scheiße sind, aber scheiße war auf Arsch bezogen. Ja, das stimmt. Ja. Scheiße ist auf Arsch bezogen. Du hast recht. Ja, war extra. Glaubst du nicht? Wo bin ich denn gelandet? Ja, nee. Doch. Ich glaub's dir. Ja. 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 Jetzt werden wir's ausspielen, das Spiel. Hm? Jetzt werden wir das Spiel ausspielen und dann werden wir uns das Audio anhören und da werden wir bloß auch von mir so gehören. Die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, das Audio von Marion ist Bombe. Na leer. Warum hast du denn dein Mikrofon nicht mitgenommen? Ja, hättest du mal sagen sollen. Mit den Ständer hätte ich nicht mitkriegen können. Mitkriegen oder was? Hättest du gar nicht am eigenen. Ja. Da kann man auch zwei Mikrofons tun, glaube ich. Und ich ignoriere jetzt deine ververse Anspielung. Welche Anspielung? Keine. Ja, also bitte. Deswegen ignoriere ich sie hier. Boah, wenn das jetzt klappt, ne? Wenn das jetzt klappt. Oh Gott. Lass dich! Ich kann mich nicht dran gewinnen, dass du so schreist. Boah, war das knapp. Das war scheiße knapp. Das war scheiße knapp. Oh nee. Was ist das? Boah, die mit dem Multipliziergedöns, die sind echt nicht ganz schön, die Level. Nicht ganz schön. Nicht ganz schön. Noch niemals halb schön. Dann kann ich das denn hinsetzen wieder. Hier geht's wieder nicht. Mal gucken, wo ich die scheiße hinsetzen kann. Hier. Kannst du aber da nicht nochmal durchspringen, ne? Natürlich. Das geht ja nur durch das R-Portal. Achso. Was er jetzt irgendwann gleich mal macht. Oder ich. Mach's schnell, da. Wurde ich dran denken sollen. Also machen wir's da hin. Achso. Okay. Also so, mhm, interessant. Muss wirklich warten. Schnell, 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 schnell. Hey. Du gummst hier nicht rein. Ich will aber reinkommen. Was war das denn jetzt? Warum bin ich da nicht reingekommen? Musst du da nicht noch ein Portal schießen? Kann ich nicht. room of many switches. room of many switches. Ja, dachte ich auch gerade, aber... Also, sobald dieser schwarze Hebel da in der Mitte ist, schießt er ja erst das Portal. Siehst du, also sobald er jetzt in der Mitte ist, schießt er das Portal. Dann sind wir nämlich wieder in der Gegend. Aber du hast doch vorher schon drei gemacht gehabt, oder? Aber ich komme nicht mehr durch. Was soll das? Wieso? Wie dumm. Wir machen mal eine andere Taktik, also ein bisschen eigentlich die gleiche, aber... Noch ein bisschen anders? Zack! So, jetzt gehe ich mal zu dem zuerst. Dann ist der Weg kürzer einfach. Guck, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das ist noch nicht da. wow was 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 Vielen Dank.